Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 15. Oktober. Dünne Busanbindung zum neuen Gelände der HSK, eine geplante Vollsperrung auf dem Mainzer Ring und ein neues Trendgebäck in Wiesbaden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Umzug der Wiesbadener Helios Dr. Horst-Schmidt-Kliniken in den Neubau vor einigen Tagen war ein Kraftakt, aber auch eine große Freude, vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Wermutstropfen ist jedoch, dass zunächst nur eine Buslinie direkt vor dem Haupteingang halten wird. Die Asphaltarbeiten hätten sich verzögert, das habe SW-Verkehr nicht zu verantworten. Deshalb könne das Unternehmen erst Anfang der Woche eine Testbefahrung mit verschiedenen Bustypen machen, erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Danach werde die Linie 49 direkt bis zum Haupteingang fahren. Die HSK solle grundsätzlich künftig besser als heute angebunden werden, stellt der Sprecher von SW-Verkehr klar. Das geschehe auch im Hinblick auf den neuen Nahverkehrsplan. Geplant ist ab Mitte Dezember außerdem eine Anbindung durch die Linie 27. Diese fährt laut Planung die HSK Montag bis Freitag bis 20 Uhr im 20-Minuten-Takt an, zu den übrigen Zeiten im 30-Minuten-Takt. Die bewährte Bestandshaltestelle der HSK bleibt bestehen und ist fußläufig erreichbar. Süße Versuchung, in den sozialen Medien wird sie schon gefeiert, nun ist der Trend um die Dubai-Schokolade auch in Wiesbaden angekommen. Das Besondere an der Leckerei ist die Füllung aus Pistaziencreme und die kunstvolle Verzierung der Schokolade. Das griechische Restaurant Kavos bietet die Leckerei nun als Dessert an. Eine Wiesbadener Konditorin hat den Trend weiterentwickelt. In ihrer Manufaktur Seidenzucker bietet sie ab sofort mehrere Versionen von Macarons an, die nach dem Dubai-Trend zubereitet wurden und mit Pistazien- und Haselnussmus gefüllt sind. Ein auf einem Kostheimer Privatgelände von Hand aufgezogenes Rehkitz ist tot. Das Jungtier namens Bambi wurde von der Hochheimer Jägerin Isabel Leska-Schaps aufgezogen. Spaziergänger hatten es damals im Wald entdeckt. Als es vom Muttertier keine Spur gab, nahm die Jägerin das Tier bei sich auf. Das mit der Flasche aufgepäppelte Kitz wurde von ihr in ein Tiergehege am Kostheimer Gännssaalweg gebracht. Am Donnerstag erhielt Leska-Schaps nun einen Anruf, dass das Tier mit schweren Verletzungen am Bein aufgefunden wurde. Das Kitz wurde beim Tierarzt behandelt, überlebte die anschließende Nacht aber nicht. Auf dem Gelände fand Leska-Schaps eine Schlinge, wie sie illegal zum Wildern benutzt wird. Sie geht von einem zielgerichteten Angriff auf das Rehkitz aus. Spaziergänger bestätigten, dass in dem Gebiet Hunde wilderten. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Vollsperrung auf dem Mainzer Ring. Wegen Arbeiten an der beschädigten Gonsbachtalbrücke muss die A60 am Donnerstag, dem 17. Oktober zwischen dem Autobahndreieck Mainz und der Anschlussstelle Mainz finden, in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes hat in der vergangenen Woche während einer Brückenprüfung Schäden an der Fahrbahnübergangskonstruktion der Gonsbachtalbrücke entdeckt. Seitdem ist die Brücke in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Das Tempo ist auf 40 km pro Stunde reduziert. Aufgrund des Alters der Konstruktion sei der Schaden so ausgeprägt, dass zur Beseitigung nur eine neue Übergangskonstruktion in Frage kommt, teilte die Autobahn GmbH am Montag mit. Bis die neue Fahrbahnübergangskonstruktion angefertigt ist, müsse der Verkehr mithilfe eines Provisoriums aufrechterhalten werden. Der defekte Übergang zwischen Fahrbahn und Brücke wird am Donnerstag zwischen 8 und 20 Uhr mit einer Stahlkonstruktion abgedeckt. Die Umleitung in dieser Zeit erfolgt großräumig über die Weisenauer Brücke, A671, A660 und die Schiersteinerbrücke. Alternativen stehen über das Autobahnkreuz Allzeit zur Verfügung. Der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Tavares, schließt Werksschließungen angesichts der Absatzkrise in der Automobilindustrie und der Konkurrenz aus China nicht aus, sagte er der französischen Zeitung Les Eco. Wenn die chinesischen Autohersteller am Ende ihrer Offensive einen Marktanteil von 10 Prozent in Europa erreichten, bedeutet dies ein Volumen von 1,5 Millionen Autos. Das entspreche sieben Montagewerken. Die europäischen Hersteller müssten diese dann entweder schließen oder an die Chinesen übergeben, so Tavares. Zu den von der EU geplanten Strafzöllen auf chinesische Elektroautos sagte der Stellantis-Chef, China werde diese Barrieren umgehen, indem es in den Bau von Fabriken in Europa investiere. Wenn das geschehe, dürfe man sich nicht wundern, wenn Standorte geschlossen werden müssen, um die verschärften Überkapazitäten abzubauen, so Tavares weiter. Bereits im September hatte der Mutterkonzern von Autobauern wie Püschow, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep seine Gewinnerwartungen für dieses Jahr wegen Problemen auf dem nordamerikanischen Markt und der schwachen Branchenlage zurückgeschraubt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Gude Wiesbaden